Guten Tag, Freunde. Wir beginnen den 10. Urok, Grammatik im Gespräch A2. Nachteile heute ist das Dativ- und Akkusativobjekt. Gibst du deiner Kollegin bitte das Protokoll? Ja, ich gebe es ihr. Zeigst du dem neuen Kollegen bitte die Kantine? Ja, ich zeige sie ihm. Bringst du der Chefin bitte den Kaffee? Ja, ich bringe ihn ihr. Erklärst du dem Kollegen den neuen Kopierer? Ja, ich erkläre ihn ihm. Schreibst du den Freunden die Nachricht? Ja, ich schreibe sie ihnen. Glaubst du der Kollegin die Entschuldigung? Ja, ich glaube sie ihr. Erzählst du uns noch einmal die Geschichte? Ja, ich erzähle sie euch. Ja, ich erzähle die Geschichte. Ja, ich habe es euch. Vielen Dank.